Ich bin Thomas Wellmann, ich bin Versicherungsmakler hier im schönen Braunschweig. In der Regel beraten wir junge Familien zwischen 25 und ich sag mal so ganz grob 45 Jahren. Das hat einfach den Hintergrund, dass wir selber alle Kinder haben und uns dementsprechend sehr gut in die Situation hineinversetzen können, was für junge Eltern halt wichtig ist. Als Versicherungsmakler stehe ich auf der Seite meiner Kunden. Das bedeutet, ich gucke mir die Lebenssituation meiner Kunden ganz genau an, da nehmen wir uns sehr viel Zeit für, um daraufhin dann die passenden Versicherungsprodukte für unsere Kunden rauszusuchen. Das machen wir sehr individuell. Wir haben da jetzt keine Schablone, durch die wir unsere Kunden durchpressen und wir machen das vor allem halt auch versicherungsunabhängig. Das heißt, wir haben wirklich den kompletten Markt zur freien Auswahl. Ich glaube, das was wir anders machen als Vergleichsportale oder auch als andere Vermittler ist, dass wir tatsächlich unseren Kunden sehr eng begleiten. Also wir sind schon fast schon Teil des Lebens unserer Kunden, weil wir uns regelmäßig melden, um einfach nur mal abzuklären, ob sich die persönliche Situation verändert hat, um daraufhin dann auch zu schauen, ob der Versicherungsschutz halt passt oder ob er gegebenenfalls nochmal geändert werden müsste. Also wir sind schon regelmäßig für unsere Kunden da und melden uns auch von uns aus. Telefonnummer Vielen Dank.